Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge WBOBS. Das schnellste und aktuellste BEST OF PIZZMEAT. Ha, als wir live gestreamt haben, Minecraft, habe ich auch ein... Das ist ja schon mal geil. Nicht weg! Ich kann dir da voll schnell wegfahren, wie auch immer. Tibetanische... Ah, der Sherpa. Wie schreibt man Sherpa? What? Scheiße, ich weiß nicht, wie man Sherpa schreibt. Ey, wie schreibt man Sherpa? What the f***? Seetang. Al-G. Was? Ach nee, wird ja... Hä? Was ist los? Gerade kurz haben wir selber gezweifelt, ob man Alge... Algen? Ach komm! Als ob! Ich wollte nämlich sagen, Alge schreibt man doch A-L-G-E. Und nicht irgendwie, was sich da gerade ausprobieren... Aber Algen... Der, der die meisten Tropenfische hat, gewinnt die Challenge. Außer keiner hat Tropenfische, dann gewinnt Chris. Ich eröffne mal mit 10. Ich hab 0. Ich hab 15. 20. Da war 7er daraus. Alter, hat Christian gewonnen. Wo geht er Jay? Ich hab keinen. Ich hab auch keinen. Ich hab 7! Dann hab ich die! Nice! Ich hab 7! Tropical Fish heißen die Barriere in der Liste. Ja, dann hat Bram gewonnen. 7 Tropical Fish. Der war ein gut Jay. Dann hat Bram mit 10 Punkten, die er kriegt, auf 23 erhöht und gewonnen. Sehr gut. Schau den Hof als nächstes an und geh zum Hof. Versucht, diese Idioten zu zwingen, sich zu ergeben, ohne aber dafür zu kennen. Hey! Soll ich euch jetzt abschießen? Das ist ja... 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 Irgendwie sinkt mein Respekt bei den Häftlingen. Ich weiß nicht wieso. Scheiße. Ach, Menno! Was ist das denn? Scheiße. Alter, was geht hier ab gerade? Wie viele Kills hab ich denn in einer Runde in einem Zug gehabt jetzt? Oh ja. Das hat wehgetan. Da bei den komischen Ruinen da. Jawohl. Runtergekommen ist und der scheint schon ein bisschen weiter in der Zone zu sein. Sonst wäre das jetzt hier so ein Moment gewesen, wo man, wenn er jetzt mit der Zone... Oh Gott! Liebe Leute, hallo und jetzt willkommen bei einer weiteren Genia Online Challenge. Heute ohne Peter. Kurze Schweine. So, hab ich jetzt gar nicht gewerft. Aber dafür mit Sebastian, Jonathan und Peter äh... Ja, hallo, Peter. Ja, hallo, Peter. Jetzt willkommen. Da wird noch jemand verfolgt. Da wird noch jemand verfolgt. Fram, bist du das? Was? Ich werd grad nicht verfolgt. Hey, ist das ein MPC? Was macht ihr denn da? Hä? Was? Ja! Also, hab du mich... Du tötest das. Wieso krieg ich dich... Okay. Ich muss in die Polizei hin. Oh, warte mal. Wie war das in dem Spiel... Wie war das in dem Spiel, wenn man auf... Was geht ab mit der Polizei? Hier sieht man sonst ne Lebensleiste, oder? Okay, immer noch nicht. Wie viel Polizei rumfährt... Hey! Was? Ich war der Polizist! Ich tisch mir das zu. Das ist Hardcore nicht gut. I have no... Der ist so ein Polizeiauto, mitten auf so ner Kreuzung, blockiert der alles. Habst du da vorne jetzt? Yo, da vorne kommt der! Ich muss hier weg! Das warst du safe! Ja, das ist er! Der fährt durch die Mitte Richtung Osten, Westen, oder... Wo bist du hin? Wir haben nicht Mackie Messer, wir haben Jonathan die Schluckflöhe. Nein, das war er nicht! Ja! Ich hab's nicht verhebsten. Nein! Alter, der... Alter, der ist die ganze Zeit stehen geblieben hier auf der Straße. Kannst du mir nicht erzählen, auf... Ich bin genau auf der Straße immer wieder angehalten. Ich dachte, das wäre einer von euch, der hier Legastheniker ist. Hä? Sag doch, grünen Zasche. Zahn, grüne Farbe. Super, grünen Zasche. Super, grünen Zasche. Super, grünen Zasche. Also nur zur Info, dafür hab ich zwei plus Vierer gezogen. Nein! Was macht das jetzt? Okay, das ist ja nur die Richtung. Nein! 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 Siehst du denn gerade, Bram? Ja, Peter, ich seh zumindest dich. Der ist auch gerade am Pandakäfig langgelaufen. Am Baumhaus. Hast du mich wirklich gesehen? Ja, du bist gerade durch meine Nase gelaufen. Gott, Alter. Der ist so kucki. Der steht hier auf irgendeinem Scheißbaum über mir. Also da war Sepp gerade. Die Bäume sind cool, wa? Die sind auch super hoch. Ja, aber da kommst du noch nicht. Na, hast du ihn noch? Warte mal doch, vielleicht kommt der hier vorne auf den Baum. Warte mal. Wir haben noch sechs Minuten. Auf den Baum kann man vielleicht drüber springen. Ja, weil der Baum, den du dir anguckst, der ist super. Doch. Aber er kann mich hier hinter nicht sehen. Watt geht ab in kein Städtchen? Willkommen zurück zu einer Verkaufung. Oh nein! Die ist einfach nicht ausgelöst worden. Ja, weil er hat doch gepiept. Ich hab's doch gehört. Ja, aber die Nieten... Ne, das war die andere. Die Nieten piepen auch. Die explodieren aber glaub ich nicht. Mal mal Piepsel. Piep! Die Niete! Glück oder nicht glück? Das ist hier die Frage. Wachiger! Ihr hm! Du hast Bram gekillt! Alter, was ist das für ein beschissener Zug gewesen für Bram? Alter, was ist das an, Lucky? Alles belastend, Mann. Alles belastend, Mann? Was ist das denn für super? Wart gelabig ein Schildchen. Willkommen zurück zu einer Folge Pizmeat kocht, eurem Kochformat hier. Heute ist es sponsert wohl bei Sturmwaffe. Und zwar folgende, die jetzt kommen werden. Als erstes brauchen wir Hackfleisch vom Schwein. Fuck you, Mann. Hallo, ich bin die Küchenmaschine. Rette mich. Mein Gehirn wird verquirlt. Okay. Okay. Ja, wahrscheinlich. Wir sehen uns wieder. Ich habe euch lieb. Und jetzt ran in den Leberkäse. Oh ja. Ihr wisst, was das heißt. Wir stehen gegenüber. Wir stehen voreinander, werfen sich ab. Jonathan rennt jetzt durch die Mitte. Christian versucht wieder auf den Kommentator zu werfen. Aber Peter lässt sich da nichts befeinern. Rett Christian hinterher. Christian dreht sich um, schmeißt mit dem Messer und wirft leider Peter vorbei. Ich habe schon wieder auf den Messer. 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 Das weiß ich ganz genau gesehen. Bestimmt hier auch irgendwo in Afrika. Ich klicke da mal mich durch. Yamoussaro. Wat? Accra? Uguadugu. 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 Wat? Uguadugu. Uguadugu. Und ich sage, ey, 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 ab in den Süden. Wir sind doch schon im Süden. Den Möpsen hinterher. Hallo, was geht? Neue Folge CSGO. Sweetheart Psycho ist ein Top-Hit von Billie Eilish. Absolut korrekt. Weitere Punkte, Bram. Stark. Alter Klassiker. Roxette, listen to your heart. Es ist dieses E-ja-ba-be-ja-ba-be-ja. Irgendwie sowas geht das. Listen to your heart. Hey, I'm by the-ja. Wat? Ist es doch nicht Listen to your heart? Was? Hast du nicht gerade Spirit of the Hawk gemacht? Ja, du hast Spirit of the Hawk gemacht. What the fuck? Ist 98 das Doppelte von 90? Nee, wegen 250 Milliliter war es ja doppelt schon. Na, 98 ist ein Doppelte von 90. Ja, das habe ich mitgenommen von Sepp gerade. Okay. Ich glaube ganz schön, du bekommst doch das Rock. Garneling! Humpfang! 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 Alter! Hat der Hotdog mich gebürzt. Alter, ich glaube, es ist gerade fast die Augen rausgefloppt, ey. Das klang aber auch ein bisschen so. Oh mein Gott! Ja, richtig. Dann fährt einfach die Straße Auto. Ich versuche noch was zu erkennen. Ich habe wahrscheinlich von links nach rechts einen Panzer geflogen. Ich habe dann auch von rechts nach links. Alles klar. Ich bin so gespannt, was ihr für Sachen gesät habt. So, das war es auch schon. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr dies nicht schon getan habt. Zudem könnt ihr euch hier ein paar weitere Videos reinziehen. Du bist gerade durch meine Nase gelaufen.